Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu, äh, ich hab Framemeinbrüche, obwohl ich knapp 180, ja 300 FPS hab. Hab ich zwischendurch Framemeinbrüche, egal. Willkommen zurück zu Minecraft Skyblock, es ist ne Belohnung gewachsen. Geh weg, meins. Okay, nice. Ähm, ja, zu Skyblock mit Flew. Hallo. Hallo. Ähm, übrig, ja, äh, ich war Farm. Ein bisschen. So, minimal. Ja, wir waren Farm. Ähm, Melon, ich packe Melon mal rein, ne, ins Dings. Und ja, es gibt nämlich jetzt was, was ich machen möchte. Wir müssen ja erstmal Steintreppen bauen. Ist ja, ne, 20 Stück mussten wir bauen. Und dann hab ich mir so überlegt, ähm, wir bauen, ich wollt irgendwie, weiß ich nicht, Moment. Ja, hier ist ein bisschen kacke, weil hier halt der Eingang ist eigentlich, aber ich würde das doch schon ganz gerne hier machen. Allein wegen dem Badrock. Irgendwas müssen wir uns mit dem Badrock noch überlegen. Äh, nee, wir machen das hier hinten. Ach, hier hast du schon einen anderen Baum gepflanzt. Nee, das war ich, ne? Ja. Oh. Sorry, dich brauchen wir grad nicht. Äh, und zwar hatte ich mir so überlegt, wir bauen von hier an so... Jetzt ne Treppe nach oben. Also, relativ nach oben. Äh, ich sollte mir vielleicht die Spielzirke mitnehmen. Äh, zack, zack, zack. Und das. Ähm, ja, ein bisschen nach oben. Um da hinten dann ne Baumplantage zu machen. Ich glaub, das... Ja, ich glaub, hier lass ich doch lieber Cobblestone noch drin. Damit wir halt, ja, ne coole Baumplantage haben. Denn die brauchen wir langsam echt mal. Würde ich sagen. Zack. Muss ja auch nicht so hoch sein. Ich würd sagen... Ich würd schon fast sagen, das hier reicht bald. Ich glaub, noch zwei Etagen höher machen wir. Zack. Zack, zack. Komm man, hier chill ich hochrennen. Und hier oben dann so ein paar Bäume fällen gleich. Ähm... Ich mach Slaps mal eben. Genau. Da haben wir sogar noch einen. Okay. Nice. So. Ach, pass. Dein Slaps. Es sind nur ein paar. Äh, und ich würd sagen, Flo, du könntest anfangen. Dich da hinten. Ähm. Da hinten. Wo das Glas ist noch. Wo wir den Mopper anbauen wollten. Äh, schon mal nach oben zu bauen. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht wie viel. 30? 30 Blöcke oder so. Nach oben zu bauen. Hey. Na? Wisst ihr, was richtig aufregt? Wenn man aufnimmt und hofft, dass alles super verläuft. Und dann einfach der gleiche Fehler passiert wie vorher auch schon, dass einfach komplett alles asynchron ist. Ich habe gemerkt, die Soundspur. Ich weiß nicht, was damit los ist. Also was genau passiert ist. Auf jeden Fall ist die dann, ähm, zwischendurch immer so eine halbe Sekunde abgehackt, sag ich mal und vielleicht auch ein bisschen vorgespult. Ich habe versucht, das irgendwie zu fixen jetzt, aber ich müsste da so viel schneiden, dann hättet ihr genauso wenig vom Video wie jetzt. Ähm, ja. Ich habe in dem Part, den ich jetzt hier gerade rausgeschnitten habe, einfach nur die Baumplantage gebaut. Noch nicht komplett fertig. Einfach nur diese Plattform gebaut. Und dann, ja. Das war's. So viel verpasst habt ihr nicht. Wir haben nur über Pokémon Go geredet. Und, ja, viel Spaß beim Video. So. Wo ist das andere Wasser eigentlich hin? Ich meine, dein Wasser... Ach, da. Okay. Ja, gut. Dein Wasser ist da drin. Okay, gut. Hätte ich auch das nehmen können. Scheiße. Ähm, ja. Ja. Ich warte. Ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, so habe ich das, ne? Ja, es sieht gut aus. Mag jetzt zwar vielleicht so gleich ein bisschen komisch aussehen, aber... Egal. Hups. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich brauche meine Treppen. Äh, mehr, 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 mehr Zäune. Da ist der ganze Cobblestone, den wir eben gefarmt haben, schon wieder fast wegfloh. Ja. Und wir müssen dann später... Irgendwann müssen wir nochmal den Cobblestone-Generator woanders hin frachten. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Aber an sich haben wir jetzt eine recht schöne Anlage, sag ich mal. Ja. Moment, eigentlich... Eigentlich kann das hier wieder weg, oder? Eigentlich kann das nicht... Warte mal. Ich mach das mal nur bis dahin. Ja, das reicht schon eher. Das reicht. So, haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Das ist halt echt... Das ist ein bisschen... Drei... Zwei... Egal. Passt. Wir müssen den Cobblestone-Generator dann definitiv nochmal nach... Irgendwo... Anders verpflanzen. Oh mein Gott, der erste Baum ist gewachsen. Oh mein Gott. Sogar zwei. Sogar zwei? Ach, meine Achse hab ich ja dabei. Stimmt, geil. Melone ist auch gewachsen. Noch... Oh, zwei Melonen sogar flogen. Nice. Also, so langsam wird das. So langsam wird's. Ja. Ja, hau rein. Alles klar, danke. Ciao. Tschö. So, ähm... Nice. Baum. Ah, sogar ein Birkenbaum ist gewachsen, Flo. Nice. Sogar eine Birke. Das ist wundervoll. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir von der Birke auf jeden Fall ein Zeppelin kriegen. Das wär gut. Wie wär, bist du mit dem Turm? Aber ich bin bei der 25. Ebene mit... Bin ich schon. Ja, dann... Ich... Ja, fünf Ebenen machen wir noch. Und dann machen wir oben... Den Dings. Ah, nice. Ich hab mal was. Ähm... Dann muss ich kurz was essen. Ja, okay. Aber dann... Ja. Bringt das eigentlich immer noch was, wenn man... Also... Ich glaub, irgendwann müssen wir die sogar noch erweitern hier, die Fahnen. Zack, zack. Komm, irgendwie ein paar Zapplings. Komm schon. Einen haben wir. Okay. Einen Zappling. Zwei. Nice. Warte mal, kann ich mal... Äh... Weather... Snow. Äh... Naja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wär so Snow. Schätzt nur die Sonne. Wir sind nicht im richtigen Biom dafür. Ja, ich dachte nur, dass man das irgendwie trotzdem so toggeln kann. So... Mit dem Bewill, dass es dann schneit. Wenn ich will, dass es schneit. Oder wenn ich eingebe, dass es schneiden soll. Wär so müssen wir ganz hoch bauen, weil... Dann könnte es schneiden. Ja, klar. Ja, aber ich... Stimmt, ich wollte das ja noch umändern, ne? Also den... Äh... Die Datei... Äh... Vom Server umändern. Noch mehr Melonen, Flo. Langsam kriegen wir Essen. Langsam kriegen wir Essen. Dank mir, weil ich die mehr... Mehr angebaut habe. Ja. Ich sammle hier mal. Bisschen, ne? Ähm... Willst du ein paar Melonen? Ich bin voll. Okay, dann nässe ich die alleine. Na, Trösen, da auch noch sie ein Stück. Ja, ich verbrauche gerade alleine. Ich glaube, zehn... Ich glaube, zehn Hungerbalken gibt es, ne? Ja. Ja. Damit ich wieder voll bin. Wir brauchen halt unbedingt Weizen. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte hier ein riesiges Erdefeld anbauen. Ja, wir müssen den Cobblestone-Generator irgendwann woanders hin verfrachten. Irgendwann woanders. Ich wollte hier nämlich ein riesiges oder ein etwas größeres Feld anbauen. Machen wir mal so. Wo hier dann Gras drauf wächst. Damit wir aus Knochenmehl... Ja, mit Knochenmehl... ...halt Weizen versuchen können abzubauen. Dass wir Gras bekommen. Genau. Ich versuch's hier schon. Aber bisher hab ich noch keinen Ziel bekommen. Ich mach mal bis fünf. Ich hab ne Blume. Gelbgrün ist doch, glaub ich, auch... Ja, gelbe Wolle müssen wir machen auf jeden Fall. Cool. Ich hab Löwenzahn. Daraus macht man gelbe... ...gelben Farbstahl. Das ist auf jeden Fall schön. Dafür brauchen wir den Grasblockfloh. Nicht für irgendwie was anderes oder so. Nicht für die Tiere. Doch auch. Nein. Wir können ja... Tiere sind nicht mal in den Challenges vorhanden. Ja, aber... Mit, ähm... Schafendienst... Okay, Schafendienst brauchen wir gar nicht, weil wir Spinnseite... Ich wollt grad sagen, wir müssen das aus den Spinnweben machen. Soweit ich weiß... ...ist die Map noch von damals, als... ...keine Tiere mehr gespawnt werden... ...ääh, gespawnt sind auf Grasblock. Also, wo ich mit nem Kumpel... ...äähm... ...auf der 1-7-Nast gespielt habe... ...1-7-10 war das, glaub ich... ...ne Tiere gespawnt. Ja, kann sein, dass das wieder geändert wurde... ...aber... ...ich glaube, das ist nicht mehr... ...das ist nicht... ...ja, notwendig. Scheiße. Doch, wir haben einen Zeppling bekommen. Okay, nice. Gut, gut, gut. Oh, schön. Zwei sogar. Zwei Birken-Zepplings. Nice. So, langsam wird das hier mit dem Holz auch. Das ist schön. Ich komm wieder zu dir. Ähm... ...ich weiß nicht, geh ich ein paar Pigments fahren? Wenn die noch da sind. Jetzt kommt mal in die Truhe. Wollen wir Zuckerrohr langsam mal anpflanzen? Können wir auch mal machen. Und die Kakteen. Ähm... Genau, ich hatte eigentlich vor... ...ne, das ist zu doof. Scheiße. Shit. Ähm... ...dann machen wir das anders. Wir haben jetzt noch... Genau, wir haben jetzt erstmal nochmal... ...zwei Eis bekommen. Das ist also... ...beziehungsweise ein weiteres Eis für jeden. Und ich mach jetzt erstmal nur eine ländliche Wasserquelle, ne? Jo. Ich mach's mal hier hin. Warte mal, ich mach's so. Dann geht das... Genau. Dann kann ich... ...das machen. Jetzt muss ich hier rein. Ich sollte auch... Shit, 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 shit. So. Äh... Hier blocken. Da blocken. Da blocken. Und... ...da ein Blocken. Okay, nice. Ich brauch nur einmal. Shit. Ich... Achso, ich hab ja noch... Genau, gut. Gut, ich hab noch eine. Zack. Zack. So. Haben wir unendliche Wasserquelle? Boah, der Turm ist jetzt auch auf 30 Blöcke hoch. Perfekt. Dann kannst du... Ich glaub, das sind... ...8 in jede Richtung bauen. Weil Wasser fliegt da, glaub ich, 8 weit, ne? Ja. Ja, dann mach das mal. Ähm... Ich wollte... ...Wasser? Und... ...machen wir das hier? Und... ...schon wieder. Aber ihr habt nicht wirklich was verpasst. Ich hab nur... ...ne kleine Plattform unten gebaut. Wo... ...ne Farm hinkommt. Nein, mein Achs ist kaputt. Egal, ich mach den Baum jetzt noch. Meinetwegen auch im Schwert. Ich hoffe... ...ich vergesse hier nichts. Ach ja. Ach ja. Hm. Erstmal hier alles aufsammeln. Alter. Ein Apfel! Uh! Okay, 5 neue Sepplings. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist Wunderbärchen. So, ich glaub, ich hab da... ...in dem Baum nichts noch. Da oben ist noch... Oh mein Gott, ist das denn jetzt? 1, 2, 3... Da ist ja noch mehr. Noch ein Apfel! Cool! Alter, was ist das für ein... Okay, ich hol mir jetzt doch lieber eine Axt. Hab ich den Apfel aufgesammelt? Ja, hab ich. Flo, ich hab noch ein Apfel bekommen. Nice, ich habe... ...drei Stacks. Cobblestone schon wieder. Nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, zack. Zack, zack, zack. Ach, Mann. Hier ist definitiv zu viel Holz gewachsen bei diesem Riesenbaum. Alter, Vater. Alter. So, ich glaube, das war's jetzt aber wirklich. Ja, das war's. Das war's. Okay, gut. Heilige Kacke. Das war... ...auf jeden Fall... ...schön viel Holz. Und schön viele Sepplings. Zack, zack. Äh... Eigentlich soll ich das mit Böken vollsetzen, aber egal. Hm. Ich sammle mal wieder hier alles außenrum auf, ne? Jo. Ist ein bisschen, ist ein bisschen auf jeden Fall. Ist ein bisschen. Ähm, ich wollte weiter unten bauen. Genau. Obwohl... Ich muss gucken, ob... Dein Ernst, da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Ich war doch gerade erst oben. Was ist denn? Was? Warum? Okay. Okay. Ist okay. So. Ich glaube, die ganzen Sepplings muss ich nicht aufsammeln. Ich krieg genug noch. Melonen! Und... ...zwei Felder sind schon weiter gewachsen, Flo. Bei dem Gras, meine ich jetzt. Schön. Oh mein Gott, langsam, langsam wird das hier. Zack, 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 zack. So, ich wollte... Wollte ich das mit Sand... Ähm, Dings, Flo? Ja? Dings, ähm, 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 ähm... Zuckerrohr wächst nur auf Sand, ne? Nee, das muss einfach nur direkt im Wasser sein. Ja, ich dachte, das wächst mittlerweile nur noch auf Sand. Ha, ich würde mal sagen, alle guten Dinge sind drei, ne? Ha, schön. Lol, ich komme nicht mehr auf unsere Baumplantage rauf. Da war ein Baum im Weg. Einfach so, eiskalt. Ohne mich überhaupt zu fragen. Und Birka, nice, Birka ist auch da. Ah, das mache ich mal noch nicht. Ich warte erst mal, bis das... ...alles... ...resettet wurde. Damit ich... ...ja, das mir gleich fällen kann und dann... ...mich wieder unten hinstellen kann. Und danach wieder herrennen kann. Und weil's so schön war, nochmal. Und, ja, es geht halt jetzt gleich um das Thema Virtual Reality. Das haben wir, ja, angeschnitten. Und da geht's weiter. Ja, ich mein, es gibt ja jetzt schon ein paar Spiele. Klar, das ist halt noch nicht komplett ausgereift, aber... ...es ist trotzdem witzig, Horrorspiele anzugucken. Ja, Horrorspiele auf jeden Fall. Allein dafür würde ich's mir holen. Einfach dieses Horror-Erlebnis... ...nochmal... ...extra Horror haben. Das ist... ...das... ...das wär was. Ich kam gerade auf ne... ...ne... ...ne... ...leichtumme Idee. Was denn? Ich zeig dir ja nur... ...Jasmin bei Layers auf 4. Ja. Stell dir vor, dass er ein schön ordentliches Horrorspiele... ... damit z.B. Amnesia oder so... ...in der VR-Brille. ...und 7.1-Dobbilt-Round-Sound-System. RIP, Jasmin. Ja. Oh man, stimmt eigentlich. Das wird ich doch niemals überleben. Ja, das wär... Ja, ja. Also wahrscheinlich, ähm... ...ja... ...Jasmin ist tot dann. Glaub ich. Dann wird sie noch weniger zocken... ...und noch mehr rauchen. Ja.